Das Autofestival Saloui wirft seine Schatten voraus, aber nicht am großen oder kleinen Markt findet es statt, sondern bei den Autohändlern eine Woche lang, nämlich vom 21. bis 26. September. Acht Händler, 6732 Fahrzeuge. Ja, jetzt Angebote sichern. Welche Händler dabei sind, das erfahren Sie unter www.autofestival-saloui.de. Da sind Sie dabei und es sind ganz spezielle Angebote. Das Ganze wird massiv beworben in der Saarbrücker Zeitung, bei SR1, SR3, natürlich auch bei City Radio, im Saarland Fernsehen. Und ja, wichtig dabei sind, dass ganz viele Automarken dabei sind. Zum Beispiel Skoda, Opel, Seat, Peugeot, Cupra, Mazda, Kia, Ford, Renault, Dacia, Audi, VW, Hyundai und Toyota. Ja, ich bin zusammen mit Marc Zirul, Autofestival Saloui. Eine tolle Idee. Ganz viele Händler haben sich zusammengeschlossen, Marc. Und du bist auch dabei und die ganzen anderen Marken, die man hier sieht. Alle Informationen unter www.autofestival-saloui.de. Und ganz wichtig, es findet nicht an einem Platz statt, sondern bei jedem Händler vor Ort individuell im Autohaus. Somit können wir auch in Pandemiezeiten ein Autofestival veranstalten und die Hygienevorschriften absolut einhalten. Ja, es gibt ganz besondere Angebote. Jetzt die Angebote sichern. Das Ganze startet ab Montag. Ja, und Sie können wirklich zum Händler hingehen, können sich dann auf das Autofestival berufen und sagen, wo sind deine Angebote? Du hast viele Angebote. Jeder Händler hat seine individuellen Angebote und wie du siehst, 6732 Fahrzeuge. Und wir haben nicht umsonst darauf geschrieben, jetzt Angebote sichern. Reservieren Sie sich jetzt unter Umständen sogar Ihr Fahrzeug für diese Autowoche. Ja, vielen, vielen Dank Marc Zirul. Stellvertretend für alle diese Automarken, die innerhalb des Autofestivals verfügbar sind. Als neue gebrauchte Jahreswagen, Vorführwagen, Dienstwagen und so weiter und so fort. Ja, und alle Informationen, wer mitmacht, welches Autohaus ganz genau, das finden Sie bei autofestival-saloui.de. Und ganz wichtig, es findet nicht an einem zentralen Ort statt, sondern bei den Händlern vor Ort. Also individuell in jedem Autohaus der teilnehmenden acht Händler. Und die erfahrt ihr unter www.autofestival-saloui.de. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.